Welche Fördermöglichkeiten haben Sie, wenn Sie den Fachwirt angehen wollen oder schon mittendrin sind und sich überlegen, gibt es hier nicht irgendwie staatliche Förderung? Darum geht es in diesem Video und wir legen auch direkt los. Den Start machen wir mit einem Ausschnitt aus unserer Studie, die Sie jetzt hier sehen. Sie können die Studie, wenn Sie Interesse haben, dort klären wir viele grundlegende Fragen, indem wir eben Absolventen, also Leute, die schon fertig sind, befragt haben. Wenn Sie die haben wollen, gucken Sie unter diesem Video in die Videobeschreibung. Dort gibt es den Link zum kostenlosen Download. Also, wir haben einfach mal Absolventen gefragt, also Menschen, die fertig sind mit dem Fachwirt, wie habt ihr das eigentlich finanziert? Habt ihr irgendeine Form von Förderung bekommen? Und was Sie hier in der Grafik eingeblendet sehen, ist im Grunde genommen eine sehr klare Aussage. Mehr als jeder zweite Fachwirt, nämlich über die Hälfte der Teilnehmer, hat das Aufstiegs-BAföG in Anspruch genommen. Ich werde Ihnen das gleich ein bisschen genauer erklären, was das ist. Ansonsten, wenn es ganz in die Tiefe gehen soll, finden Sie dazu auch Blogartikel bei uns auf der Seite, beziehungsweise in unserem Förder-Playlist-Menü auf YouTube auch weitere Videos. 20 Prozent etwa, jeder fünfte, bekommt außerdem die Weiterbildung von seinem Arbeitgeber finanziert. Also auch da, in jedem fünften Fall kann es durchaus sinnvoll sein, den Arbeitgeber zu fragen, ob die Weiterbildung gefördert wird. Und entweder voll oder manchmal zeigt der Arbeitgeber eben auch ein Teil. Okay, jetzt springen wir aber rüber auf unsere Website und gucken uns einmal konkret die Fördermöglichkeiten an. Was Sie hier sehen, ist unsere Fördermöglichkeiten-Seite, wo wir einmal ganz grundlegend so die wichtigsten Förderthemen ansprechen. Das Häufigste des Aufstiegs-BAföG erkläre ich gleich genauer. Die Bildungsprämie ist etwas, was wir zum Beispiel als Anbieter nicht anbieten. Und der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr, das geht natürlich nur für diejenigen, die bei der Bundeswehr arbeiten. Dort werden nämlich Lehrgänge, wie unsere beispielsweise, gerne gefördert. Also, bevor wir uns das Aufstiegs-BAföG angucken und das genauer auseinandernehmen, einmal eine Sache, die Deutschland spaltet. Und zwar gibt es in etwa der Hälfte aller Bundesländer die Möglichkeit, wenn man am Ende die Prüfung zum Fachwirt bestanden hat, dass man eine ordentliche Menge Geld geschenkt bekommt. Wenn Sie zum Beispiel in Bayern wohnen, ist es so, dort heißt es Meisterbonus. Verlinkt ist es hier, wenn Sie sich mehr dazu durchlesen wollen. Dort bekommen Sie, wenn Sie am Ende die Prüfung bestanden haben, 3000 Euro geschenkt. Das lohnt sich doch mal, oder? Also Bayern macht das hier wirklich, wirklich gut. Dann nochmal ein bisschen besser, man mag es kaum glauben, ist Bremen. In Bremen heißt es Aufstiegs-Fortbildungsprämie. Und hier bekommen Sie sogar 4000 Euro, wenn Sie die Prüfung am Ende bestanden haben. Also die beiden, das sind positive Ausreißer, Bayern und Bremen. Wenn Sie da sich irgendwie wohnhaft melden können, noch früh genug, dann machen Sie das, weil das kann sich natürlich echt lohnen. Dann gibt es noch Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Die sind nicht ganz so gut aufgestellt. In Hamburg gibt es 1000 Euro, das heißt Meisterprämie. In Hessen gibt es auch 1000 Euro Aufstiegsprämie. In Rheinland-Pfalz gibt es 2000 Euro, hier heißt es Aufstiegsbonus 1. Sie sehen, jedes Bundesland macht hier so sein eigenes Ding. Und im Saarland gibt es 1000 Euro Aufstiegsbonus. Wenn Sie in einem der anderen Bundesländer sind, dann gibt es zumindest keine Förderung dafür, dass Sie am Ende bestanden haben vom Bundesland. Das ist schade, aber deswegen gibt es eben auch das Aufstiegs-Bafög. Beim Aufstiegs-Bafög, wir haben da ausführliche Blogartikel, wenn Sie bei uns auf dem Blog vorbeischauen, wie man den Antrag genau durchführt. Ich will Ihnen nur mal grundlegend kurz erklären, wie es abläuft und warum es sich lohnen kann für Sie. Also, erstmal die Downside, das Negative, es ist ein sehr bürokratischer Akt. Und es kann sehr lange dauern, bis man das Geld am Ende ausgezahlt bekommt. Je nach Bundesland. Es gibt flächenmäßig sehr große Bundesländer, wie Nordrhein-Westfalen, wo wir schon oft gehört haben, dass Leute teilweise Monate, viele Monate warten müssen, bis ihr Antrag bearbeitet wurde. Stellen Sie die Anfrage bei der zuständigen Stelle, wie schnell die im Moment sind. Und genau, das variiert einfach sehr stark von Bundesland zu Bundesland, wie es organisiert ist. Ganz grundlegend aber können Sie bis zu drei Viertel der Kosten für Ihre Weiterbildung, inklusive auch der Prüfungsgebühren bei der IHK, gefördert bekommen. Und das erkläre ich Ihnen mal genauer an einem Beispiel. Angenommen, der Lehrgang, wie unser Lehrgang zum Beispiel, kostet knapp 3000 Euro. Wenn Sie jetzt den Antrag stellen, dann würden Sie direkt, zumindest wenn der Antrag positiv ausfällt. Und da kann nicht viel negativ sein, nur so viel zur Erklärung. Es ist unabhängig von Alter und Einkommen. Der einzige Punkt, der Ihnen das eigentlich vermasseln kann, ist, wenn Sie schon eine Qualifizierung auf dem gleichen Niveau haben, also damit eben kein Aufstieg verbunden ist, oder wenn Sie schon mal gegen die Regelung des Aufstiegs-Baföcks verstoßen haben. Und wenn Sie da eben das zugesprochen bekommen, dann bekommen Sie 50 Prozent direkt, ich sag mal, geschenkt als Zuschuss. Dann werden Ihnen die 1500 Euro circa überwiesen. Und Sie haben die Möglichkeit, noch mehr zu bekommen. Und zwar ist es so, dass Ihnen für die andere Hälfte ein Kreditangebot gemacht wird. Bei den meisten Bundesländern macht das die KfW, in Niedersachsen zum Beispiel die N-Bank, wie auch immer. Sie bekommen eben die andere Hälfte als Kreditangebot. Und wenn Sie jetzt die Prüfung bestanden haben am Ende, wovon wir mal ausgehen, weil es bestehen ja zum Glück, zumindest bei den Wirtschaftsfachwürden, um die 70 Prozent immer die Prüfung, was wirklich ein guter Wert ist. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, die eben bestanden haben, dann bekommen Sie von diesem Kredit, von denen auch noch mal 1500 Euro, die Hälfte erlassen. Das ist dann quasi noch mal 25 Prozent Zuschuss nach der bestandenen Prüfung. Sie können es auch Krediterlassen nennen. Und somit landen Sie am Ende bei knapp 750 Euro, die Sie für die ganze Weiterbildung bezahlt haben. Also bis zu 75 Prozent Förderung. Das illustriert so ein bisschen, warum das Aufstiegs-Baföck so beliebt ist. Und im Grunde genommen, es dauert zwar manchmal lange, bis man das Geld bekommt. Der Antrag ist ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, wir helfen auch dabei, den auszufüllen. Und man muss jeden Monat Leistungskontrollen abgeben, wo man so ein, zwei Stunden pro Monat einrichten kann. Aber wenn man sagt, diese zeitlichen Aspekte, und dass es eben ein bisschen Kopfschmerzen macht, dass man sich darum kümmern muss, die sind okay für mich, dafür, dass ich eben weit über 2.000 Euro in diesem Fall geschenkt bekomme, dann wäre es eine Förderung, die Sie in Anspruch nehmen sollten. Und das ist auch der Grund, warum jeder zweite Fachwirt diese Förderung eben in Anspruch nimmt. Falls Sie Fragen dazu haben, schicken Sie es uns gern unten in die Kommentare oder senden Sie uns eine Mail an support.fachwirt.de. Schauen Sie generell immer bei uns auf der Seite vorbei. Wir haben immer viele Blogartikel. Wir bieten Kurse an, auch zur Prüfungsvorbereitung. Und ansonsten finden Sie hier auf YouTube mit Sicherheit weitere Videos zum Thema Förderung, aber auch generell zum Lernen für den Fachwirt. Ich drücke Ihnen die Daumen und freue mich, von Ihnen zu hören.